Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich hatte gerade ein, oder habe gerade noch ein sehr interessantes Gespräch, und da bin ich auf ein sehr interessantes Thema gekommen. Nämlich, kann man die Kinder zu selbstbewussten Individuen erziehen, wenn man sie zu Mitläufern erzieht? Wie komme ich auf dieses Thema? Mich fragen des öfteren Geschwister, sie kommen zu mir, ja, bei meinem Sohn, bei meiner Tochter, in der Klasse, die gehen in die Kirche, die müssen dahin erstmal, reingesetzlich müssen die Kinder in Deutschland nicht in die Kirche. Okay? Das mal als erstes. Es gibt aber viele Lehrer, die diesbezüglich Lügen erzählen. Einfach schriftlich einen Antrag stellen, da könnt ihr euch an die föderale Dingsbums da von Marcel Kraswenden, wie die noch beheißen, die könnt ihr euch das genau formulieren, und da hat sich die Sache erledigt. Lasst euch nicht so etwas zwingen, worauf ihr keinen Bock habt, aber dann kommen andere Feste. Was ist mit Geburtstag? Was ist mit diesem? Was ist mit jenem? Was ist mit der Weihnachtszeit? Was ist mit Karneval? Was ist, wenn das Kind Karneval unverkleidet in die Schule geht? Es fühlt er sich als Außenseiter. Das Kind fühlt sich nicht als Außenseiter, weil es nicht verkleidet ist, sondern weil ihm eingeredet wird, ein Außenseiter zu sein, weil es kein Selbstbewusstsein hat. Ich bin damals selber in die Klasse gegangen, in die Schule, und war nicht verkleidet, also nicht musste. Hat keine Sau interessiert. Nur wir vermitteln unterbewusst, suggerieren das, ja, aber jetzt, wenn ich eher nicht verkleide, hey, wenn du mit dir selber zufrieden bist, brauchst du dich nicht zu verkleiden. Das ist der Punkt. Da brauchst du dich als Clown zu gehen, da brauchst du dich als Edianer zu gehen, wenn du mit dir selber zufrieden bist, sagst du, ey, ihr könnt alle um mich herum anziehen, was ihr wollt. Ich bin ich. Ich bin als Viervogel verkleidet, als Beispiel. So, deswegen, das ist der Punkt. Es ist ganz easy. Im Islam, die meisten, wir machen es uns selber schwer. Die meisten Dinge sind erlaubt. Es gibt für alles, was verboten ist, gibt es 10.000 Alternativen, da müssen wir nur dran festhalten. Deswegen, man kann jemanden nicht zu einer selbstbewussten Persönlichkeit erziehen, wenn man ihn zu einem Mitläufer erzieht. Seid keine Mitläufer, sondern seid stolz auf das, was ihr seid. Irr farasak fa indaka Muslim. Heb deinen Kopf hoch, denn du bist Muslim. Heute hier aus Düsseldorf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.